Hey Leute was geht und willkommen zu einer neuen Folge von ChunkWidt! BIT! Um ihn auszulachen, er hat auch Gefühle. Der hat keine... Was ist unser Affe, fuck! Hä? Ich wollte unseren Affe durch wegcharfen. Ich hab einen runtergeworfen. Ja, Passion! Nein, ich sterbe! Und wir spielen immer noch den Chaos-Modus. Und ich spiel mal McQueen, das hab ich noch nie gemacht. In meinem Leben. Stimmt nicht. Hast du mal McQueen gespielt? Ja, bloß kaum. Hä? Ich hab mal einen Spur, aber eigentlich will ich nicht, aber dann will ich doch. Und dann ist es immer so warm und dann weiß ich... Jockwett! Woher ist der denn? Ich weiß es nicht. Ich hab' den Sack. Ich hab's Elusio. Der winkt mir zu! Der ist hier! Der hat jetzt keinen Weak gedroppt, weil er Angst hat zu sterben, oder? Die Stunde hat geschlagen. Das ist ein Gegner, der schreit hat! Hallo! Ich hab grad ne Mercy-Platt, oder wie die heißt hier. Ich bin der einzig wahre Reinhard hier! Wie komm ich da hoch? Ah! Hilfe! Ich hab' den Snipe! Ich hab' den Snipe! Ich hab' den Snipe! Das sieht dir aus, wo wir... verlägerlich! Dann hast du wieder unser Münzen. Ich schieß immer unseren befreundeten Münzen. Du mir leid. Oh Gott, hast du... Dings in mir! Ich hab' den Snipe! Ich hab' den Snipe! ich hatte den gede gede ne hier ja nice aber keiner war da um weg zu machen darum lebt er wahrscheinlich nur wirklich vielleicht und nicht schlecht ich auch du bist nicht gegen die kontinierwand getan ich verliere katholik gegen mcquee abgeworfen ist ich habe diese tracer Ich habe sie nicht gefunden. Die haben eine Mail, hilf mir. Oh, ich habe sie. Ich habe die Blatt gemacht. Oh, ihr habt auch wen. Play of the game. Warum hast du eine Mail-Blatt gemacht oder was? Getimed. Jetzt gibt es Ausbau. Den habe ich auch. Wow. Jetzt gehts los. Oh. Wo bin ich? Was? Wie bist du reingekommen? Oh, voll elekanter in den Rücken. Komm, ich habe Ulti. Ich glaube, diesmal nehme ich einen englischen Titel. Bezeichnungen. Nein, der Affe ist los. Hanso, dreh dich um! Hanso! Nein! Ich will nicht gegen Tracer kämpfen. Hanso! Oh, 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 oh! Mercy, lauf! Nein! Mercy, oh! He will never die! Ich habe mich für Mercy geöffnet. Gehört? Die! Ich habe jemanden getrollt. Hihi! Mei hat dich auch getrollt. Nein, ich wollte sie. Sie hat das hier zur Wand gemacht. Sie hat mich so angeguckt und dachte, ich will sie zur Wand machen. Dann habe ich halt darauf gewartet. Da kommt Reinhard gecharzt. Hilfe! Die haben mir immer eine Wand vorlieben! Im Mund. Ich wollte sie nicht. Ich habe das im Ertrag geholfen. Geholt. Aua. Ich weiß nicht, wie ich sie umgebracht habe. Das ist Metal, Leute! Wir schaffen das! Metal? Wir sind bei 0-0! Verarsche! Ich habe euch alle gerettet. Bitte sehr. Danke. Ich habe ein Ding an mir. Ich weiß, es hört sich eklig an. Ist es auch. Aber es ist trotzdem wahr. Ich würde sie wegschlagen. Vor allem, wir sind bei 0,000 Meter. Es hat so wenig Lehm und wir hatten keinen Heiler. Doch, Mercy ist unterwegs. McCree auch. Ja, aber wir hatten keinen Heiler. Ja. Ja. Los, das schaffen wir jetzt. Easy going. Warte neben. Oh, das war ein Fuchs. Wo denn? Ich habe Reinhardt verloren. Ich habe den größten Champion in diesem Spiel verloren. Wollt ihr schon mal? Ja! Jetzt dance ich erst mal. Jetzt dance ich erst mal. Affe! Da springt ein Affe hin und du sagst sofort hinterher. Ja, ja. Affe! Warum fährt unser Auto nicht? Wollt ich nur sagen. Wollt cool, wie mein Hammer am Blingen ist. Oh! Oh, Kroffel! Meine Apfel machen Bling, Bling. Alles vergessen. Affe! Oh! Du, Wand, was Affe? Du kannst nichts mehr aufhalten. Es ist vorbei! Den holen wir mal. Der rennt weg. Nein, die Tür ist zu! Ich wollte wieder durchgehen. Aua! Nein, nein, nein. Zum Ertrag. Nein, Affe! Affe! Nach Hause! Du hast eingekillt, alter. Ja, ich krieg nicht mehr. Wegen die ganzen Schilden hier überall. Warst du weg? Ich hab ihn. Echt? Der war tot, wie er gestorben ist. Der war tot von Mamespike. Ich bin selbst vorhin, dass du die Schüsse denkst, während ich das Schild aufgestellt habe. Weg, Chuck! Was? Wie schnell hat mich das eingefroren? Ich glaub May hat dir nachgefroren. Wie lange? Hallo? Wie lange? WTF? Oh Gott. Oh Gott. Ich bin weg. Ich hab dich weg. Ich hab dich weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich hab dich weg. Ich hoffe, es ist dein Hai nun. Nein. Hat er schon geschossen? Nein. Aber er dürfte mich eh nicht anvisiert haben. Nein. Die Stunde hat geschlagen. Ich habe hier den Schild, Generator gefunden. Putz. Eben. Irgendwas tut mir weh. Irgendwas tut mir arg weh. Danke. Ich muss die payload hier erstmal befreien mit diesem ganzen Zeug. Ja. Oh, Mann. Verpiss dich, meh. Alter doofe Kuh, ey. Mann. Hau auf. Als ob keiner am payload war. Oh, wie er... Leute, es waren nur noch 2 Uhr vorne. Ich dachte, es war mehr. Gut, dann... Dann war es eine erfolgreiche Runde. War es gar nicht. War es irgendwie gar nicht, ne? Oh, was sagst du denn? Oh, Gott. Es sieht aus, als hätte sie irgendwie so bloßes Eis auf ihrem Guck. Jetzt schauen wir uns noch das Highlight an. Guck mal. Wie ohne Finn. Voll gemobbt, ey. Ich hab mich einfach angelesert. Gut. Dann danke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei einer neuen Folge von Overwatch. Und das sehen wir das nächste Mal wieder. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020